So. Und Spyro, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend hier. So, da sind wir. Wobei ich nebenbei erstmal noch auf esse. Bevor ich in irgendeinen Inhalt oder sowas gehe. Mhm. Ich hoffe, es geht dir gut, Spyro. Achso, wir könnten Bestiarium erstmal kurz weitermachen. Bei mir soweit auch. Haben bis eben ein bisschen Disney Dreamlight Valley gespielt. Und jetzt machen wir noch ein paar Stündchen. Ein bisschen etwa 14. Und ja. Also ganz entspannt heute. Action gibt es ja erst morgen wieder mit Witcher. Hier laufen wir wieder mit dem Hexagerett rum. Hier habe ich auch noch ganz viel zu tun. Schokobo ist auch draußen. Ich versuche heute ausnahmsweise mal ein bisschen Story zu machen. Hat die letzten Male nie so ganz funktioniert. Ich weiß gar nicht, woran das immer liegt. Ich lasse mich immer so leicht ablenken, glaube ich. Hm. Jo. Okay. Das haben wir auch. Also wir versuchen jetzt eigentlich erst einmal auf Level 37 zu kommen. Weil vorher kann ich keine Hauptstory machen. Dezent schwierig. Leider. Winterbonus regelt das. Wenn das Kitty online ist, ja. Dann ja. Würde ich dann, also ich würde gleich dann eine Schufensteigerung machen, sobald ich frisches Gute Nachtgenacht, äh Gute Nachtgenacht, mhm. Gute Nacht gesagt habe. Dann wäre ich bereit. Quasi. Alles gut, Kitty. Mach langsam. Wie viele Kaffunke wollen Sie in einer Umgebung haben? Spieljahr. Spieljahr. Ähm. Okay. Ich entferne mich da mal. Ist mir doch den Cent zu, too much. Können wir die Kartoffeln ausmachen? Ich bin ja schon weggegangen. Ey, das war ja ein bisschen nervig, ne? Ich höre die immer noch. Ich höre sie da immer noch quieken. Ich hole gleich den Ladaklopfer aus der Tasche. Oje. Achso, doch. Das kann ich einmal machen. Ähm. Okay. Ist das die Frage? Halte ich das Ding oder nicht? Aber ich glaube, Oase interessiert mich eh nicht. Ähm. Ähm. Das hier. Ein Baguette. Brötchen. Achso. Zwölf Eier. Und warte. Eine Knackwurst. Ein Eicherkeks. Ein Baguette. Ähm. Und eine Forelle. Ich dachte, du meinst, wie viel ich... Weil ich eben vom Essen noch erzählt habe. Ja, alles gut. Ähm. Ähm. Hoppa. Die Knackwurst. Ja, genau die. Genau die. Genau die. Äh. Zwölftausend. Spielfigur. Hm. Ja, bin ich noch was. Hm. Das kann ich auch verkaufen. Da komme ich noch hin. Das kann ich auch verkaufen. Huch, nein, so viel nicht. Den Rest lass ich noch mal. Hallo, Kitty. Ja, Spiegereier. Danke schön. Ich habe Spiegereier. Puckeier? Warte mal. Zwei Stück habe ich. Zwei Puckeier. Weiß nicht, wie viele du brauchst. Äh, da. Puckeier habe ich. Puckeier habe ich. Ja, danke schön. Okay. Done. Wo kann ich hier reparieren? Ich hoffe, das schaffen wir noch rechtzeitig. Da vorne. Bitte sag, ich schaff's doch. Bitte sag, ich schaff's doch. Bitte sag, ich schaff's doch. Oh Gott. Ich schaff's doch nicht. Für die Prostin und das Eiweiß. No. Danke, Kitty. Okay. Also Level 37 brauche ich. Okay. Oh, Food auf deinem Level, beziehungsweise nah dran. Danke schön. Ja, das sind ja nur zwei Level Unterschied, glaube ich. Ja. Weiß ich gar nicht. Gut, gegen Standstufe 27. Gut, gegen Standstufe 27. Jo. Ach komm. Ach komm. Warum? Habe jedes Mal. So ein Pech. Jedes Mal, wenn ich ein Level brauche, ne? Also. Mehrere. Hm. Oh, das ist ein tuvier. Oh. Okay. Oh. Okay. 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 Hm. 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 31. Wow. Wow. 31. Mhm. Mhm. Ja, eben. Deswegen sage ich ja immer jetzt. Ich habe immer ein Pech. Ich komme halt jedes Mal, wenn ich ein Level brauche, komme ich halt genau in das Ding rein. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Ähm. Hm. Ja, hätte ich jetzt nämlich gefragt. Wäre dann Hauke. Wäre Hauke. Okay. Also ich anmelden. Hm. 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 Habe ich da? Ja. Katzenhaar. Katzenhaar mein Mikro. Ja. 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 Dieses E-Mode ist eigentlich so dämlich, ne? Das ist eigentlich so dämlich. Ich lasse dich erstrahlen, ooooh. Also von morgen graut es mir ein bisschen, ne? Morgen mache ich mich an den Sammler. Oh, es wird Horror. Da kommt der Gärtner dran morgen. Vier Stunden lang nur Gärtner. Ich verabscheue es jetzt schon. Ja, boom. Ja. 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 Das war's. Das tut man hier alles, um Story weiterspielen zu können. Das Schlimmste ist dann eigentlich, dass ich die Klassenquests nachholen muss. Aber das machen wir dann wahrscheinlich am Sonntag. Das war's. Das ist ein kleines Sofaschimmel. 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 Ich bin in Ordnung. 5 Level noch. 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 3 Level noch. 5 Level noch. 5 Level noch. Zwei Level noch. Ah, das war noch so ein Blur-Levy-Kassos. Das war noch so ein Blur. Das war noch so ein Blur-Levy-Kassos. Das war noch so ein Blur. Das war noch so ein Blur. Das war noch so ein Blur-Levy-Kassos. Das war noch so ein Blur. Das ist ein Blur-Levy-Kassos. Das war noch so 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 ein Blur-Levy-Kassos. Ich möchte heute eigentlich bis Eissteine an der Wacht kommen. Okay. 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 Hmm. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Ich hasse diese Annie. Ich habe nicht mal wirklich einen Grund, aber irgendwie hasse ich sie. Ich habe nicht mehr einen Grund, aber ich habe nicht mehr einen Grund, aber ich habe nicht mehr einen Grund, dass ich sie nicht mehr sehen. Ich habe nicht mehr einen Grund, dass ich sie nicht mehr sehen. Ich habe nicht mehr einen Grund, dass ich sie nicht mehr sehen. Und ich habe nicht mehr und ich habe eine explosives werden. Also steil in der Wacht muss ich dann aber ohne Mentor-Bonus rein. Sonst muss ich da noch die nächste Klasse hochleveln. Mit einem Faustkämpfer würde ich so lange, wie es geht, die Story durchhämmern. Eine Klasse brauche ich wahrscheinlich vorm Ende noch. Befürchte ich. Ja, Lala-Power. Aber Wacht sollte ich heute auf jeden Fall noch schaffen. Ein bisschen was habe ich ja... ...in Körter schon an, wenn es gemacht hat. Wenn ich jetzt nicht so viel trödel. ... ... ... ... ... ... ... Was ist das? 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 Was ist das?